könnte das natürlich jetzt sein mit dem seedrach macht ja gar nichts Moment Gepäck Hmm, Binger belegen Wie ist das denn? Nee, ist auf jeden Fall nicht da Würde ich sagen eine standard nachkommen eine schwäche megastärkung sich den ausrüsten im bedarfsfall benutzen ok also ich muss mich jetzt hier hausenhaft drehen hier oder was automatisch gepäck benutzen dann machen wir das gleich so energie schub cengiz eine kurze stärkung das war schon oder wie hoffentlich hat das jetzt gereicht jetzt mal kurz hier kommen ja und erst mal alle rein hier die wir haben schon besiegt sonnenspiegel das war es schon ich dachte das ging jetzt irgendwie schwerer dann können wir das hatte ich jetzt entdeckt mal letztens weil ich ein bisschen umgegangen bin und oben so eine wüste entdeckt habe dies kann ich das aber karte sehen ne ne Tiere strahl gib ihm gar nicht land fackeln ja komm hol du deine leute bis dahin bin ich bestimmt schon fertig und durch ein bisschen geschwächt aber doch das gucken wir erst mal rein hier kommen gleich ein blaues feuer hier aber scheint hier ob es müssen ja auf jeden fall hier sein ja klar ohne geht ja nicht blut nur mir ach du hast es nicht kommen wir rufen erst mal das team normale angriffe ja 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 wer ist noch ein bisschen zu tun hier auch gleich direkt drauf flucht die halten einiges aus und die machen schaden jungs die machen nichts okay immer die roten zuerst die gehen auch noch die roten sind am schlimmsten gleich weil sie kriegst du gleich direkt den jackpot folie noch immer schönen energieschub er hätte jetzt da schon sein müssen ja und aber gut rein die jungs 123 auf weiß nein das ist doch kreisfähiger sense was die jungs schön feuer nicht habe können wir alles an voll stats raus 23 komm ich leichten fähig könnte auch mal jetzt abbauen also wenn ich erfahrungspunkte dafür einmal rum und wiederum aber wenn man sich glaube ich einmal den weg im kopf gesetzt hat oder so da drüben ist der truhe ha 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 geil was bist du denn beschleunigung mega stärkung sicher was mit ihnen los auf einmal okay vier punkte nur der kann doch nicht so einfach sein anscheinend doch das haben wir soll ich aber auf der anderen seite kann ich hier nicht runter schade wir haben bestimmt einst einmal raus wieder weil ich glaube nicht boah phantomkämpfer ich würde dann kreisfieger gern drauf machen auch wenn es kommen dann machen wir nehmen wir ruhig die nullers gelung hau und dafür hier aber beschleunigung mega stärkung drauf wort 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 was ist denn gerade passiert da sind wir noch ein bisschen zu schwach wird ich mal für alles wenn die nur noch zu 20 machen dann ist das ganz okay ja das geht bei jengis ihm geht auch noch die anderen beiden sind immer so schwach auch für brust kreisfieger jetzt kommen wir auch gleich die sensen ja ohne mega stück und saus wir haben kurz flächen angriffe machen so klatsch noch zwei das reicht au das tat weh da habe ich den normalen standardangriff ja nice oh was soll das denn noch einmal harte kritz kenne ich ja gar nicht von uns krit angriffe oh schade dass sie da weg sind naja gut ich mach mal dies und würde mal kurz gucken was die monster da machen da die leider so eine nicht ausgefüllte textur haben was ich ein bisschen schade finde bei dem emulator ok sie scheinen jetzt nicht die stärksten zu sein aber bei der blitz ey der ist heftig ok hier muss man sich rantasten an das ding nice so hier